Prasarita Pardha Sarvangasana ist der Schulterstand mit gespreizten Beinen. Im Schulterstand Sarvangasana mache erst den Rücken sehr gerade und wenn der Rücken gerade ist und die Beine oben, dann spreize die Beine zur Seite, kommen die Grätsche und in Prasarita Pardha Sarvangasana hilft dir die Schwerkraft. Du kannst dir aber auch vorstellen, dass du die Fersen weit nach außen gibst, so schaffst du Raum in den Hüftgelenken und dann kannst du die Beine immer weiter nach außen und unten bringen. Prasarita Pardha Sarvangasana ist für manche Menschen der Schlüssel, um in der Grätschflexibilität voranzukommen. Prasarita Pardha Sarvangasana ist für manche Menschen der Schlüssel,